Ja, tut mir leid für die mehrjährige Verspätung. Das ist eigentlich nicht unsere Art, aber wir waren nicht schuld. Schön, euch endlich wiederzusehen und das ohne Maske. Richtige Gesichter. Ich respektiere natürlich jeden und jede, der noch ein bisschen schüchtern ist und hier trotzdem vielleicht irgendwo verborgen ohne Maske steht. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Islam. Wer sich verschleiern möchte, finde ich okay. Aber wer muss, dann sagt die Blöden. Obwohl ich persönlich sehe ja besser aus mit mir. Mit Maske erspare ich euch eine Menge Gesicht. Aber das ist mit dem Singen irgendwie doof. Naja, eigentlich wollten wir vor längerer Zeit schon unser 40-jähriges mit euch feiern. Jetzt ist es das 41-Jährige geworden. Schön, dass ihr dazu gekommen seid. Aber das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Wir sangen doch schon 1969 die dienstälteste Rockband der Welt so weise. Zeit am Ehren. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wer das glaubt, ist ein Idiot, das steht fest, ist die Heimat auf ein schwieriger Ort. Die ist Herkunft und wir hängen da, der dann geht fast seine Wunsch hinheraus. Keine Seele muss ich ihn wieder haben. Mit welchem Leicht wollen wir Menschen verlieben? Zu uns zu kommen, einfach uns zu überlegen. Mit welchem Leicht dürfen wir uns beschwingen? Wenn die Verhundernden nicht einfach vorgehen. Mit welchem Leicht? Untertitelung. BR 2018 Egal wie weit du von offen fließt, deine Seele kriegt vom Indigen. Du rüttelst das Bessere doch, das von Leiden und dem Aushalt. Die Heimat oder Chinegabon, sie seht und wir hängen daran. Mit welchem Recht wollen wir Bauern errichten? Damit der Garten ihnen ungekant bleibt. Mit welchem Recht auf das Mittelmein fahrt sie nicht? Wobei wir finden, dass die Bibel überträgt. Oh, 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 oh. Willst du der Erste sein? Willst du der Erste sein? Der bist so heiß, dass du hier bist, der bist so heiß, dass du hier bist. Du musst verfrüchten, hier alle Leute zu genießen. Willst du der Erste sein? Willst du der Erste sein? Der auf der Mauer steht, der auf der Mauer steht. Du bist so heiß, dass du das Bessere aus der Skirte schießt. Willst du? Die Fächer halten wir uns für Bessere. Auf welches Recht soll sich dieser Verschlüsse? Mit welchem Recht wechseln wir hier die Messe? Um unsere Grenzen vor dem anderen zu schützen. Mit welchem Recht? 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 Applaus